Bereits vor einigen Jahren haben wir, die Stadt Fulda, damit begonnen, unsere öffentliche Beleuchtung nachtfreundlich zu gestalten. 2019 wurden wir deshalb von der International Dark Sky Association in die Dark Sky Community aufgenommen und sind damit die erste Stadt in Deutschland, die die Auszeichnung Sternenstadt tragen darf. Denn mit der Umrüstung unserer Lichtquellen agieren wir effizienter, nachhaltiger und insektenfreundlicher. Und setzen Beleuchtung nur noch dann und dort ein, wo das Licht wirklich benötigt wird. So sorgen wir für den Schutz der Nacht. Und das können Sie auch. An Ihrem Wohngebäude, auf Ihrem Firmengelände, an Ihrem Restaurant, an Ihrem Geschäft. Gemeinsam erreichen wir noch mehr. Machen Sie jetzt mit. Zum Schutz der Natur und des Klimas. Zum Schutz der Nacht.